Lesen, Hören, Sehen. Mit dem TolinoTab genießen Sie ein durch und durch neues Medienerlebnis. Dem TolinoTab? Genau, denn die Tolino-Familie hat Zuwachs bekommen. Die beiden Tablets mit 7 bzw. 8,9 Zoll Display verbinden ab sofort leistungsstarke Technik mit riesigem Medienangebot. Durch das offene Android-System bleiben Sie bei Ihrem TolinoTab mobil und flexibel, vor allem aber unabhängig. Wechseln Sie jederzeit zwischen den Tolino-Partnern sowie verschiedenen weiteren Händlern und finden Sie immer genau das, was Sie gerade suchen. Die Verbindung zum Google Play Store hilft Ihnen dabei. Ob Sie gern spielen, Nachrichten lesen, Sprachen lernen oder sich zu Ihrem nächsten Ziel navigieren lassen möchten. Über 800.000 Apps, viele davon übrigens kostenlos, warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Das TolinoTab ist immer Ihr perfekter Begleiter, egal ob unterwegs oder zu Hause auf der Couch. Ob lesen, Musik hören, Filme schauen oder mobil im Internet surfen. Dank der innovativen und vorinstallierten Tolino-App erhalten Sie Zugang zu einer nahezu unbegrenzten Auswahl an E-Books, Musiktiteln und Videos. Um jederzeit Ihre Lieblingstitel, Klassiker und Neuerscheinungen abrufen zu können, bietet das TolinoTab einen schnellen und vor allem sicheren Zugang zu allen E-Book-Shops der Tolino-Partner. Bei so viel Auswahl die Übersicht zu behalten, ist beim TolinoTab übrigens ganz einfach. Organisieren und strukturieren Sie Ihre persönliche Medienbibliothek genauso, wie Sie es sich wünschen. Durch die einfache Bedienung per Touchscreen ist die Verwaltung dabei intuitiv und kinderleicht. Das TolinoTab vereint hochwertige Technik mit brillantem Multimedia-Vergnügen. Dank des hochwertigen Multi-Touchscreens mit IPS-Technologie bzw. Full-HD-Display sehen Sie Filme und Bilder in perfekter Bildauflösung und satten Farben. So lesen Sie Ihre E-Books stets in gestochen scharfem Schriftbild. Die High-Quality Stereo-Front-Lautsprecher des TolinoTab sorgen für verblüffend klaren Klang, überragende Höhen und Bässe und damit für einen außergewöhnlichen Hörgenuss, der Ihnen Ihre Lieblingskonzerte immer dahin bringt, wo Sie gerade sind. Moderne Quad-Core-Prozessoren sind die Antreiber des TolinoTab. Sie sorgen für schnelles Surfergnügen und vor allem flüssiges Navigieren zwischen den verschiedenen Apps. Ohne Kompromisse. Genießen Sie Ihre Freiheit, denn dafür haben wir das TolinoTab entwickelt. Wer will schon ständig an die nächste Steckdose denken oder während des Lieblingsfilms an den Notstrom erinnert werden? Dank extra langer Akkulaufzeit bleibt das TolinoTab bis zu 12 Stunden lang voll einsatzfähig. Das TolinoTab eignet sich hervorragend als Reader für Ihre E-Books. Im E-Book-Shop, den Sie mit nur einem Klick erreichen, finden Sie aktuell über eine Million Titel, Neuerscheinungen, günstige Preishits und ausgezeichnete Bestseller. Und mit Sicherheit immer etwas für Ihren Geschmack. Dank der Anbindung an die Cloud sind Sie absolut flexibel und können Ihre E-Books jederzeit und überall auf Ihrem Smartphone, E-Reader oder Computer an genau der Stelle weiterlesen, an der Sie zuvor aufgehört haben. Sie möchten die volle Flexibilität und bei der Auswahl Ihrer E-Books auf alle Tolino-Partner zurückgreifen? Dank des offenen Systems ist dies beim TolinoTab kein Problem. Mithilfe der praktischen Verknüpfung Ihrer E-Book-Bibliotheken der Tolino-Partner zeigt das Tab sämtliche Ihrer erworbenen E-Books in nur einer Bibliotheksansicht. Unkompliziert und übersichtlich. Mit dem TolinoTab beginnt der Lesespaß übrigens sofort. Im Kaufpreis enthalten sind bereits vorinstallierte Gratis-E-Books im Wert von ca. 30 Euro. Entdecken Sie die Leichtigkeit der Multimedia-Welt. Entdecken Sie das TolinoTab und wählen Sie das für Sie passende Modell aus. Das TolinoTab ist mit seinem 7-Zoll-Display der ideale Begleiter für unterwegs. Klein, kompakt, solide gebaut, im edlen Design und dabei angenehm handlich. Surfen Sie im Internet, lesen Sie ein E-Book, hören Sie Ihre Lieblingslieder oder schauen Sie Ihren Lieblingsfilm. Dank seiner Größe ist es für den mobilen Mediengenuss bestens geeignet. Das größere TolinoTab mit seinem 8,9 Zoll Full-HD-Display ist dagegen die perfekte Wahl für Multimedia-Liebhaber. Die Bildqualität lässt jeden Film und jedes Video zu einem Kinoerlebnis werden. Aus Schnappschüssen werden dank der eingebauten Front- und Rückkameras unvergessliche Urlaubsfotos. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit. TolinoTabs. Die Tablets der großen deutschen Buchhändler und der Telekom.